Ich habe den Fisch gesehen, mit den Muscheln? Ja, Fisch, ich habe noch einen gesehen. 2,50 Euro. Ein bisschen Moscheln. Ein Knoblauchbrot, nein, etwas anderes. Ein Risotto oder was? Ich habe den Fisch gesehen, mit den Muscheln. Ja, Fisch, ich habe noch einen gesehen. 2,50 Euro. Ein Knoblauchbrot, nein, etwas anderes. Und ich sehe einen Schmackchen. Ein Schmackchen mit dem Schmackchen. Ich finde noch einen Schmackchen.